Im Grunde genommen muss man sagen, ist ja allein schon, wir haben das per Mietauto gemacht, ist allein die Fahrt als solches schon ein ziemliches Highlight. Sehr unterschiedliche Landschaften. In der Hinsicht faszinierend war vor allem, dass sie innerhalb weniger Kilometer, innerhalb von zehn Kilometern, die Landschaft wieder komplett verändert hat. Also zum Teil meint man wirklich, man ist wieder auf einem ganz anderen Planeten. Der Gletschersee mit den riesigen Eisblöcken, das ist eine fantastische Sache. Und auch das Timo-Börge-Gebiet, das ist auch phänomenal. Also man meint wirklich, man ist ja auf dem Mond oder auf einem anderen Planeten. Also das ist... Ja gut, vor allem wir haben im Norden auch Momente gehabt, die haben dann eher unspektakulär ausgesehen auf den ersten Blick und dann haben wir über den Hügel gefahren und auf einmal erstrecken sich wieder weite Landschaften mit Flüssen. Wir in Deutschland sind es ja auch nicht gewohnt, dass Flüsse so unreguliert durchs Land ziehen, weil bei uns sind die ja immer begradigt und begrenzt und alles ordnungsgemäß. Dass Natur so wild umherstreift, ist schon mal etwas ganz was anderes. Und dann die Wasserfälle, muss man auf alle Fälle anschauen, sämtliche Wasserfälle. Und man sollte bei dem Wasserfall mit der Kaskade, wo man hinten rein gehen kann, am besten da sind noch ein paar andere kleinere Wasserfälle angeschrieben. Links geht da gibt's einen, der ist in einer Höhle drin. Und der ist auch einmalig. Und jeder Wasserfall hat seinen eigenen Charakter. Also das ist auch... Und die Hotels sind auch top. Die Hotels, muss man auch sagen, das laufen. Das sind wir aus Deutschland auch nicht gewohnt. Da ist ja alles sehr geordnet. Mit einem die Hotels immer sehr förmlich. Nein, bei uns ist es sehr förmlich in Deutschland. Aber da ist es sehr familiär. Ja, das ist auch gut. Also da ist man gleich wieder nicht zu Hause. Also...